Was geht ab, meine lieben Freunde und willkommen zurück hier zu einem neuen Video, heute mit einem Double Upload, denn vor ungefähr 5 Minuten hat KSI mal wieder ein neues Musikvideo gedroppt mit dem Namen Two Birds, One Stone. Ich weiß nicht, ob es ein erneuter Diss-Track ist in Richtung Harry oder Mini-Minter. Ich habe keine Ahnung, um wen es hier jetzt geht. Vielleicht kommt der Zeit mal wieder oder einfach nur ein normaler Song. Ich weiß nicht, ob er was angekündigt hat und ich will gar nicht weiter reden. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, gucken wir direkt mal rein. Okay, das ist in dieser Track. Das ist in dieser Track, Leute. Okay, gegen Harry, Leute. Also ich muss jetzt schon mal sagen, die Aufmachung gefällt mir sehr gut, dass es nicht ganz so aggressiv ist wie das letzte Mal, nicht ganz so schnell ist wie das letzte Mal. Es gefällt mir gut, es waren schon wieder ein, zwei gute Lines dabei und ich freue mich auf mehr. Das ist wahr, es ist wahr. Also er geht wieder schön straight forward, was ich gut finde. Einige Sachen habe ich nicht komplett verstanden, weil ich nicht hundertprozentig in dem Game drin bin, was bei Case, I und Sideman jetzt los ist. Ich habe das alles gut verfolgt, aber ich kenne natürlich die Hintergrundgeschichten nicht hundertprozentig. Aber es ist auf jeden Fall im Vergleich zu den Sachen, die Harry gemacht hat, hundertmal besser. Also da kann man sich nichts vormachen. Das ist auch ein nicer Refrain, finde ich. Er passt sehr gut. Oh shit. Alter, also. Also ich wollte gerade eigentlich sagen, dass er diesmal nicht so heftige Disses rauspackt, also er ist nicht so am Flexen wie bei Little Boy. Aber jetzt hat er gerade rausgehauen, es gab ja diese Wette oder irgendwas mit dem Kampf, Case, I gegen Wo2Shore oder gegen Joe Weller. Und der hat anscheinend jetzt Wo2Shore im PRP angesagt, kein Bock, Digger, ich verliere sowieso. Oh, die Bridge ist nice, halt. Die ist echt nice. One Stone. Ey, das klingt gut, das klingt gut. One Stone, two birds. One Stone, two birds with a one stone. Man, you know, I've never snored coke in my life. And I've never lost my virginity to a prostitute. And my bro don't have two kids. Harry, you're a lying cunt. Fuck yourself, bro. Alter, ähm, das kam für mich wieder aus dem Nichts. Ich hab nichts von Ankündigungen gehört. Ähm, ich dachte eigentlich, dass der Beef schon längst vorbei ist und der geklärt wäre. Aber letztens hat Wo2Shore ja nochmal, ähm, irgendwas rausgehauen. Ähm, hab ich mir auch angehört, fand ich aber auch nicht so gut. Und, ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, alter, ich bin nicht so weggehauen wie bei Little Boy, weil Little Boy war nur geflext, war aber auch eine Minute kürzer. Und, ähm, hier, er hat mich wieder weggehauen. Es war echt gut, es waren ein paar schöne Lines dabei, auch wenn ich nicht alle verstanden hab. Ähm, man muss sagen, KSI ist für mich schon ein richtiger Rapper. Also, er ist für mich ein, äh, Musiker. Er ist natürlich auch YouTuber weiterhin, aber ich seh ihn auf jeden Fall schon in der Kategorie als Musiker, Rapper. Denn er hat's einfach drauf, ja, er hat's drauf, das kann man nicht bestreiten. Und, äh, ja, da würde ich sagen, war's das für diese Folge. Die ist ein bisschen kürzer, ich will sie schnell raushauen. Außerdem ist das heute ein Double Upload, also könnt ihr euch eigentlich gar nicht beschweren. Also, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Videos habt, die ich mir mal angucken soll, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, denn morgen kommt schon wieder das nächste Video. Ciao, Leute, bis dann. Ciao, Leute. 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 Bis zum nächsten Mal.